So, liebe Leute, ein neues Monster wird gejagt, der Wolvidorn, ein neues Monster, um nicht immer die alten Verdächtigen hier abzuhanden. Bin sehr gespannt auf der Sand-Ebene. Ich glaube, ich wechsle gleich auf meine Giftwaffe. Und ich habe mir diesmal sogar ein Fallengerät, also eine Falle und Berührungsbomben mit eingepackt. Einfach, um mal zu gucken, ob wir das gute Ding auch gefangen kriegen. Um nicht immer nur zu töten, man kann doch mal fangen. Aber nicht, dass ihr denkt, dass ihr da lieber seid. Ihr bekommt ja dann mehr raus aus dem Monster, sprich, das Monster wird dann artgerechter zerlegt. Auch weil einfach die Waffe so einen ultimativ großen grünen Bonus hat. Also, so, habt ihr mir noch Sachen übrig gelassen? Naja. Und ein Deodorant. Na, Pukei auf jeden Fall mit auf der Map, Kuduyaku mit auf der Map. Ja, dann kannst du das Monster in, äh, Gebiet 9 sein, ne? Und vergessen noch mal was zu essen. Also noch mal eine Ration zu futtern. Ja, den Wolvidon habe ich noch nicht gemacht. Deswegen, es ist ein schönes neues Monster. Nicht immer nur die Monster jagen, die man sowieso schon seit all den Spielen immer wieder jagt. Ich glaube, ich komme auch hier hinten lang. Schön, wie die anderen schon die halbe Arbeit gemacht haben, ehe ich überhaupt mal da bin. Da ist er. Wolvidon. Sollte mal schnell eine kleine Ration verschlingen. Okay, der kann sich so zu einer Kugel machen und macht damit bestimmt megamäßig viel Damage. Wow. Wie oft er das einfach macht. Oh, er hat auch noch so eine lange Zunge. So, kleines Monster noch erledigt. Komm, Delex. So, danke. Scharfen Reißzahn mitgenommen. Boom. Ja, das Pukai-Schwert hat einfach wirklich so eine lange Grünschärfe. Und das ist auf dem Level, auf dem ich mich hier befinde, schon mal sehr viel wert. Bestimmt kann man seinen Rücken brechen, oder? Ui, 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 ui. Der spuckt aber rum. Uah. Alter, scheißt der da. Alter, furzt der da voll ab. Gibt der so einen richtigen Ekel-Furz? Gibt's nicht. Ah, Leute. Ah, jetzt bräuch ich das Deodorant wahrscheinlich. Um diesen Gestank zu lösen. Hmm. Ah, jetzt bräuch ich dir. Ich bin hier für dich. Ja! Und jetzt aber! Ja, immerhin. Immerhin mal ein bisschen reingehauen. Ja, wenn ich wetten müsste, dann ist das dringende Monster bestimmt ein Rathalos, wenn wir schon eine Rathian hier mit dabei haben. So, der haut erstmal ab. Hat er irgendwas verloren? Nö, ne? Gut. Ah, da vorne gibt's nochmal Erz. Das lass ich da nicht liegen. Erz lass ich nicht liegen. Erze müssen mitgenommen werden. Ja, Machalit, sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, 100. Äh, 56 ins Gesicht. Sehr gut. Ich hoffe, dass er ein bisschen in meine Richtung laufen kommt. Hm, leider nicht. Und jetzt rein ins Gesicht. Oh, sehr schön. Oh, da ist er sogar ein bisschen gebrochen hier. Der Bestienträne. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Ah, der Panzer ist schon sehr gute Mitleidenschaft gezogen. Schön ins Gesicht. Schön ins Gesicht. Ja, deutlich einfacher. Ja, deutlich einfacher als der Kampf gegen die Rathian. Finde ich. Ist auch kleiner. Nein. Er hat uns wieder angepupst. Mit seinem Sumpf. Mit seinem Sumpf Pups. Boah, schon wieder angepupst. Bis zum nächsten Mal habe ich jetzt keinen Deodorant. Ah, wartet mal. Ist hier auf der Map manchmal was? Okay, Place the Trap, wir wollen einen Versuch starten zu fangen. Ah, ein Millimeter daneben. Ja, mit der Falle, die kam einfach zu früh, ne? Der ist ja noch nicht mal am, nicht mal am, ähm, ja, am Schwächeln. So, wo ist das Monster da lang? Ich muss dringend nochmal schleifen, um wieder meine Grünschärfe zu bekommen. Oh, die Pukai Schuppe, sehr geil. Oh, die Pukai Schuppe, sehr geil. Okay. Ah, wie's das denn? Okay. 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 Ah, ich glaube, ich habe ihn mittlerweile vergiftet, oder? Ah, ich glaube, ich habe ihn nicht gesehen. Die Grafik ist gar nicht schlecht, oder? Ich finde, für das Switch-Verhältnis ist die Grafik wirklich sehr gut. Ey, ich habe doch gerade was getrunken. Ja, ein Megatrank. Fuck, ich habe es fast geahnt. Ja, ich habe es fast geahnt. Ich habe es fast geahnt. Ich habe es fast geahnt, wenn er einen Millimeter daneben geht. Ah, jetzt muss ich aufpassen. Ich kann wieder was trinken. Oh, Erz, Erz, Erz. Ist mir wichtiger. Oh, dann gibt's noch mal Erz. Ich geh doch schnell das Erz holen. Ja, es geht. Also ich find's eigentlich auch von der Qualität her gar nicht so schlecht. Äh, den Pukai wollen wir nicht. Nein, ich kann ja noch mal versuchen, eine Falle zu legen. Nein, ich kann ja noch mal versuchen, eine Falle zu machen. Ich kann ja noch mal versuchen, eine Falle zu machen. Und dann schön in die Falle geholt. Sehr gut. Ah ja, gieß. Sehr gut, Leute. Sehr, sehr gut. Das ist schön. Das ist schön. Wenn es mit der Falle klappt, ist immer wunderbar. So, wartet mal. Ich mache das gleich. Ich muss kurz eine Sache hier schnell einstellen. So. Was gibt es Schönes? Panzer. Irgendwas. Nö. Keine besonderen Materialien. Nur Ruhm und Ehre. Und die nächste dringende Quest, die wir jetzt dann gleich erledigen können. Denn dann geht es ans nächste große Monster. Es könnte ein Rathalos sein. Ich weiß es nicht. Wir gucken jetzt direkt mal nach. Ich will wissen, was das nächste größere Monster ist. Was ich mir jetzt hier gleich schnappen soll. Ah ja, ein Magna-Malo. Ein Wirwern. Okay. Okay. Dann würde ich sagen, ist das unsere nächste Quest. Der Verschlinger der Randale, der tückische Wievern oder Weivern oder Wirwern Magna-Malo. Okay, das klingt auf jeden Fall ziemlich hart. Ich würde sagen, den schnappen wir uns dann in der nächsten Runde. Und dann, Bedehung ist die Frage. Untertitelung des ZDF, 2020